Also ich habe sowas wie ihn noch nie geritten, wirklich nicht. Und auch meine Tochter ist wirklich, also geht den ganzen Tag Ace, Ace, Ace und ich habe auf meiner Uhr ein Foto von Ace und ich will Ace gucken. Der hat einfach auch so ein Auge, wo ich denke, der ist toll, der ist wirklich toll, der ist Hengst. Jetzt, klar, gerade im Deckgeschäft würde ich sagen, würde ich ihn jetzt nicht unbedingt im Hänger neben meiner Warmblutstute fahren, aber im Winter stand er ja auch bei mir. Und da hätte ich auch gesagt, hier, weißt du was, auf den Hänger drauf zusammen aufs Turnier fahren, der ist so kopfklar. Und du reitest den 10 Minuten, 20 Minuten und jeder andere, der sagt dann, sind wir jetzt fertig. Und du denkst dir, boah, der kommt immer mehr auf Touren und der macht immer mehr Spaß. Und der ist einfach, ja, also wirklich, ich muss sagen, so einen wie den habe ich noch nie geritten. Und es wird sehr, sehr schwer, Frau Stange, wenn Sie das hören, nochmal so einen wie ihn mir dahin zu stellen.